So, jetzt gibt es einmal wieder einen klassischen Donnerstagskracher. Grüße möchte ich an der Stelle, dass Sascha Zimtstern, du warst in Ludwigshafen beim Auftritt, Referenzklasse, aus der Kategorie, aus der FSK 16 Kategorie, der Fachmann staunt, der Laie wundert sich. Oma, alle so um die 80, 85, kommt zum Zahnarzt, liegt auf der Zahnarztstuhl, zieht ihren Schlüpfer aus und öffnet den Zugang. Dann sagt er, gute Frau, ich bin Zahnarzt und kein Frauarzt. Dann sagt er, das weiß ich. Aber mein Mann möchte es euch gepisst wieder. Ich staunt gleich. Mein Mann möchte es euch gepisst wieder. Hier ist es nicht der Klassiker.